Hey Leute, was geht? Ich bin dieses Jahr wieder stolze Patin vom Song Contest Dein Song für eine Welt. Und in nicht mal mehr vier Wochen ist Einsendeschluss. Das heißt, ihr könnt bis zum 16. Juni noch Songs einreichen. Es gibt ein paar Voraussetzungen und zwar müsst ihr zwischen 10 und 25 Jahre alt sein. Die Songs müssen selbst geschrieben sein und ihr müsst eine Botschaft haben, die ihr in die Welt raustragen wollt. Mehr Infos gibt es hier unter dieser Webseite. Ich freue mich auf eure Songs. Bis dann.